Ich spiele Ihnen jetzt mal ein Telefon vor, das eingegangen ist bei uns, das direkt zu tun hat mit der Arena. Keine Angst, wir haben das Nachsprechen von einem Sprecher, damit dieser Mann nicht losgestellt wird. Aber das Gespräch, das Telefon ganz kurz, ist eins zu eins. Ich komme jetzt persönlich mal auf Zürich raus und haue den Breuer direkt eins in die Fresse. Weil dieser Schafsäcker in der Arena, der soll seine Huren fressen zu haben. Weil der muss einfach neutral moderieren dort drin. Und nicht immer alles gegen die SVP. Ich halte das locker aus, das kannst du ja mal geben. Das Telefon wird ja noch einiges vulgärer. Das haben wir gefunden, ist für die jungen Leute, die noch auf sind, um die Zeit nicht ganz anzubringen. Ich glaube, Herr Zanetti, wenn Sie so etwas hören, finden Sie, der Mann hat etwas? Nein, ich muss es nicht an mich einschleimen, aber ich finde, Sie machen diese Sendung eigentlich gut. Nein, Herr Zanetti! Ein Applaus für Herr Zanetti! Wir haben das hier schon schlimmer gesehen. Anton Schallrich ist also schlimmer. Wir haben das hier schon einmal verändert. Untertitelung des ZDF, 2020